ja hallo und herzlich willkommen wieder mal auf unserem kanal heute geht es um Zorinis, draußen ist schlechtes wetter deswegen mache ich das drin und die müssen jetzt geschnitten werden und abgepackt werden zum einfrieren da es so viele gewonnen sind und ich die nicht alle essen kann also so untereinander weg, sonst brate ich mich immer aber das ist mir einfach viel zu viel ja der Timo ist nicht da, deswegen mache ich das Video heute alleine wahrscheinlich auch das nächste also ja, das erste schneide ich ab da habe ich schon was abgeschnitten hatte und das ein bisschen eingetoppelt ist ich habe ja noch schneide ich jetzt in Streifen so desweiteren habe ich jetzt auch schon Kohlrabis geerntet der ist ja schon gut von der Größe und Gurke und Tomate ja, aber mit Tomaten herrscht das Problem die eine Hälfte die ich gekauft habe, die sind wunderbar nur die andere Hälfte der Tomaten, die haben so braune Flecken also einmal die Frucht, die hat so braune Flecken und die Pflanze, die ist auch überall braun und sieht aus, als würde es absterben jetzt muss ich mal gucken ich weiß nur nicht genau was das ist so, jetzt geht es weiter ich habe jetzt alles geschnitten und abgepackt bis auf jede hier da hatte ich jetzt einmal keine Lust mehr dazu und so viel brauche ich eigentlich gar nicht ich versuche jetzt so oft wie möglich zu winken zu braten genau wie hier das Stück das mache ich jetzt zuerst dann noch fertig ähm ja das Stück hier, die ist mir unergefallen die schmeiße ich jetzt weg, weil ich so viel Zeug habe ich weiß nicht was ich damit anfangen soll hier 3 Packen die kann ich mal wissen 800 Gramm dann ähm hier hier wieder ein paar 800 Gramm und hier 1 Kilo Gramm ja ich denke mal das reicht schon auf jeden Fall mal fürs Erste da die Tiefkultur, die zu schon richtig voll ist durch die ganzen Hasen und den anderen äh Gemüse und Kram der da drin ist und deswegen werde ich jetzt mal sehen die nächsten Tage etwas oder die nächsten zwei Wochen noch einen Hasen zu essen oder zwei wie auch immer und dessen ein bisschen leerer wird und äh dass ich Gemüse so halt Zucchini da einfrieren kann und halt dann auch die Masttähnchen wenn die fertig sind die werden nämlich dann auch jetzt in zwei Wochen geschlachtet und davon behalte ich fünf für mich und ja die müssen dann da rein und die verbrauchen ja auch ordentlich Platz naja über die Masttähnchen da mache ich auch noch ein Video und ja heute das war vielleicht nicht ganz so interessant wie ich Zucchini äh geschnippelt habe lasst ein Like oder ein Abo da ja das war's Ciao bis zum nächsten Mal und da ja ich das war's und ja das war's es ist wie ich ich das war's